Na, du bist ja ein toller Hecht, Siegbert Schnösel. In einem Sau-Kaffee-Bikini-Bottom kann jeder eine große Nummer sein. Oh, ist das so, ja? Dann erzähl doch, was du so erräucht hast, deut, deine Highschool-Tadelchen. Lass dich nicht einschüchtern, Taddeus. Stell ihn dir einfach in Unterwäsche vor. Oh nein, Waschbrettbauch. Ich bin im Restaurantgewerbe. Nein, halt, nicht ausplaudern. Du bist ein Kassierer.